Sarah Küng und Lovis Caputo arbeiten seit zwölf Jahren zusammen. Unter dem Namen Küng Caputo kennen wir sie als eines der palettiertesten Designstudios der Schweighets. Sie zeichnen sich aus durch eine dezidierte Haltung zu gesellschaftlichen und politischen Themen und die gehen immer eigentlich Hand in Hand mit einer sehr hohen gestalterischen Qualität. Was ich an Ihnen so schätze ist, dass es wieder das Handwerk ist und die Farben und sie ziehen an allen Registern, von Beton bis ein dräschiges Material, Steine, Schnüre, Wellkarton. Die verschiedenen Entwürfe sind oft aus ganz verschiedenen Materialien konzipiert. Das macht die Aufgabe auch für uns sehr interessant. Ich mag Ihre unkonventionellen Entwürfe. Oftmals sind sie recht lustig und selbstheorisch. Sarah und Lovis sind so interessante und wichtige Designere, ich denke. Sie haben so ein bestimmtes Punkt der Sicht, einer, der zusammenbringt eine wirkliche Entdeckung des Needs des Designs aus einer formellen Perspektive, aus einer funktionellen Perspektive, aber alles, was sie tun, ist durch diesen unglaublichen Lens und eine Art Art Schoenstern, eine Art Schoenstern, eine Art Schoenstern und eine Art Schoenstern zu machen. Und das ist eine Art Schoenstern, die sich in der Form eines Needs ausgerichtet hat. Und ich liebe es wirklich, dass ich das sehr tue, was das so vielmehrt. über eine neue Kraft und ihre Respekt gegenüber den Materialien und den Künstlerinnen und Frauen, die sie mit collaborieren. Die Leute wollen wieder reale Sachen und nicht nur über Screens streichen. Die bringen also rigorosigkeit, um Fun zu designen. Untertitelung des ZDF, 2020